Sie sind hier, 27. Juli 2018, 13.28 Uhr, von Conan Furlan, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Mainz 05 lässt seinen besten Stürmer ziehen, Yoshinori Moto wechselt in die Premier League Urheberrecht, Getty Images, Mainz 05 lässt seinen besten Stürmer der vergangenen Saison ziehen, Der Japaner Yoshinori Moto steht vor einem Wechsel in die Premier League Sandro Schwarz steht eine Massivschwächung seines Kaders bevor, der Trainer von Mainz 05 muss von nun an ohne seinen treffsichersten Stürmer um den Klassenerhalt kämpfen Wie die Mainzer verkündeten, steht Torjäger Yoshinori Moto vor einem Wechsel in die Premier League zu Newcastle United Der Japaner kehrt am Freitag aus seinem WM-Urlaub nicht an den Bruchweg zurück Somit werden die 05 R beim Test am Dienstag gegen West Ham United ab 18.30 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Stream ohne Moto auskommen müssen Muto, bester Torschütze von Mainz 05 Wir haben gute und konstruktive Gesprächen mit Newcastle United geführt und sind prinzipiell zu einer Einigung gekommen, erklärte Sportvorstand Ruven Schröder Es gebe noch Details zu klären, aber man sei zuversichtlich, dass wir bald zu einer Entscheidung bezüglich eines endgültigen Transfers kommen werden Mit dem 26-Jährigen verlässt die Mainzer ihr erfolgreichster Stürmer der vergangenen Saison Acht Treffer steuerte der 25-malige Nationalspieler Japans zum Klassenerhalt bei Mit seiner Nationalmannschaft erreichte er bei der WM in Russland, bei der er nur im dritten Gruppenspiel gegen Polen 0 zu 1 zum Einsatz kam das Achtelfinale und schied unglücklich gegen den späteren WM dritten Belgien 2 zu 3 aus Ob und wie die Mainzer auf den Abgang ihres Torjägers reagieren, ist unklar Conan Furlan, Jahrgang 1995, absolviert 2019 seinen Master Sport Business und Kommunikation an der Munich Business School Zuvor, mehr Musik